Was ist denn hier los? Wie siehst du denn aus? Der Streit! Pepper und Luzi Locke spielen Schnippen. Pepper und Luzi Locke spielen Schnack gewonnen! Pepper und Luzi sind beste Freundinnen. Sag es dich auch nur einmal in unsere Nähe zu kommen. Finde daraus, dass du meine Tante bist. Dann warst du meine Tante. Ja, dann war ich halt deine Tante. Ich gehe jetzt wieder zurück und wehe, ich sehe dich noch einmal. Das schwöre ich dir, ich bleibe hier auf diesem Campingplatz und ich werde euch im Auge halten. Tu, was du willst, aber lass mich in Ruhe. Klar. Schnapp, wieder gewonnen! Du hast geschummelt! Hab ich nicht! Du hast die Karte angeguckt! Hab ich nicht! Hab ich nicht! Ich will jetzt gar nicht mehr mit dir spielen! Ich will jetzt gar nicht mehr mit dir spielen! Und ich will nicht mehr mit dir spielen! Oh je! Pepper und Luzi sind beste Freundinnen. Pepper und Luzi haben sich gestritten. Oh je! Oh je! Oh je! Ja! Ja! 2000 Jahre später. Mama Locke ist da, um Luzi abzuholen. Peppa, sag Luzi auf Wiedersehen. Mit der rede ich aber. Ich rede nicht mehr mit der. Oh, ich bin sicher, das klärt sich. Sie sind ja beste Freundinnen. Das ist komisch. Wir sind keine besten Freundinnen mehr. Papa Wutz hat Essen gekocht. Peppa, Schorsch, Abendessen. Es gibt Spaß. Peppa und Luzi hatten heute einen kleinen Streit. Peppa und Luzi hatten heute einen kleinen Streit. Aber ich vermisse Luzi schon ein bisschen. Lass uns Luzi anrufen. Was ist denn hier los? This kid's definitely on crack right now. Was, Bruder? Was ist denn, Bruder? Egal! Fagetti! 2000 Jahre später Hallo, Frau Wutz. Peppa möchte bitte Luzi sprechen. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Wir können wieder Freundin sein, wenn du dich entschuldigst. Tut mir leid, dass ich gesagt habe, du schummelst. Auch wenn du das wohl getan hast. Also, mir tut es leid, dass du je meine beste Freundin warst. Das macht mir nichts. Ich finde schnell eine neue beste Freundin. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Alle Kinder sind auf dem Spielplatz. Alle Kinder sind auf dem Spielplatz. Klausi Kleff ist auf dem Karussell mit seinem besten Freund Klausi Kleff. Schorsch ist auf der Wippe mit seinem besten Freund Linus Löffel. Wippen, wippen, wippen. Was ist denn hier los? Wie siehst du denn aus? Was machst du hier? Luzi Locke ist auf der Schaukel, ganz alleine. Luzi Locke ist auf der Schaukel, ganz alleine. Peppa spielt Minigolf, ganz alleine. Da kommt Emily Elefant. Darf ich auch mal spielen? Ja! Emily, Luzi Locke ist nicht mehr meine beste Freundin. Jetzt kannst du meine beste Freundin sein. Aber meine beste Freundin ist doch Molly. Zoe, wenn du magst, kannst du meine beste Freundin sein. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Aber meine beste Freundin ist Luise. Egal! Löffel. Oh! Hui! Hui! Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Ah, gut. Ich sehe, ihr seid wieder Freundinnen. Wir sind keine Freundinnen. Und wir werden nie wieder Freundinnen. Hm. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ihr das klärt. Peppa, entschuldige dich, Paluzi. Aber nur, wenn sie sich entschuldigt. Zuerst. Nur, wenn du dich zuerst entschuldest. Egal! Ich weiß was. Ich zähle bis drei und dann sagt ihr beide gleichzeitig Entgetti. Entschuldigung. Na gut. Eins, zwei, drei. Spaghetti. Jetzt könnt ihr wieder beste Freundinnen sein. Hurra! Luzi, komm, wir spielen Minigolf. Gute Idee. Peppa und Luzi sind wieder beste Freundinnen. Ich zuerst. Jetzt ich. Mein Ball ist ins Loch gerollt. Gewonnen! Aber mein Ball hat ihn geschubst. Ich hab gewonnen. Du denkst dir die Regeln einfach aus. Du denkst dir die Regeln aus. Du schummelst. Nein, du schummelst. Ho, 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 ho. Ihr beide seid genau gleich. 2000 Jahre später. Deshalb ist Luzi meine beste Freundin auf der ganzen Welt. Und Peppa ist meine beste Freundin auf der ganzen Welt überhaupt. Ja, tr despemiht mich. Mirjauh? Peppa russ. Peppa russ. Peppa russ. OJie! 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 Untertitelung des ZDF, 2020